So, noch eine Runde gegen Matoro. Ich hatte es hier auf der Map sogar schon mal, dass ich gegen das Glas hier oben geschossen hatte und das dann einfach kaputt gehen wollte. Ja, das ist am besten, ja. Aber schlimmer ist, wenn du wirklich in einem Raum bist, wo man das machen muss, dass man rauskommt, ne? Nein! Ich hatte diese Fall, ich hatte diese Fall, ich hatte diese Fall! Geh doch nicht rein! Ja, bin aus Versehen reingekommen. Konntest du mich aber retten. Ach, schon wieder meinen Warp hier nicht genommen. Ach, verdammt! Wo steckst du? Zeig dich! Oh, Rotmütze ist auch wieder hier. Da bin ich! Jaaa! Gleich nicht mehr! Ich komme! Nein! Verdammt! Na komm, komm! Ganz vorsichtig um die Ecke! Ah! Schön, dass du mir gesagt hast! Verdammt! Ich sollte nicht laut denken! Boah, der hat doch noch Schutz, der ist scheiße! Ja! Ne, nicht gut! Warum antwortet Bloxini? Der ist gut! Ach, da bist du! Nein! Rammt! Hahaha! Na komm, komm, komm! Ja toll, da... Ey! Weißt du, stehe ich fast neben so einem Fass und einer aus meinem Team schießt das Fass ab! Hahaha! Das bringt mich zum Exemplosieren! Das freut mich! Alles Gute, komm von oben! Das ist mein Schuch! Nein! Oh man, ich lebe noch! Gott sei Dank Premium Heal! Scheiß Gleiter runtergefallen! Kaboom! He! So! Der antwortet... Matoro! Aha! Hinter dir! Aha! Da bist du! Hahaha! Okay, 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 weil uns im Clutch ist gerade kein Gespammer, also Schilling ist nicht online! Hahaha! Das kann man so unterscheiden! Gespamme gleich Schilling! Kein Gespammer gleich kein Schilling! Ja, so könnte man das sehen, ne? So... Wo bist du wieder? Ah, da oben ist er! Scheiße! Du willst doch nicht auf den Turm gehen, oder? Nein! Warum soll ich das machen? Bring mir doch eh nichts! Hahaha! 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 Richtig erwischt! Oh nein! Geht er weg! Sandy! Na, kommt aus euren Löchern raus hier! Hast du da gerade eine Granate und runter geworfen? Ja! Das kann gut möglich sein! Geht er gar nicht! Nein! Da bist du! Scheiße! Und drei HP überleben! Und drei HP überleben! Hahaha! Nicht mehr lange! Ah Mist, er hat's schon geschafft reinzukommen! Fang die Granate! Fang du die Granate! Hahaha! Verdammt! Die Granate hätte ich wenig treffen können! Jetzt mal ehrlich! Hört sie mich! Hört sie mich! Nein! Hehehe! Alles gut, du kommst von unten! Nja, ich war da gerade beschäftigt! Ich muss ja den vor mir kaputt machen! Aber eigentlich hätte ich mich auch runterfallen lassen können! Eigentlich! Eigentlich! Eigentlich, ja! So, dafür kriege ich dich jetzt! Wo bist du? Schon tot, oder was? Ah, da! Da läuft er! Ah! Nein! Ist schon wieder der! Ey! Hallo! Warum schießt meine Waffe nicht mehr? Achso! Scheiße! Magazin leer! Ich hab's manchmal deswegen noch 20 Munition im Magazin ab und meine Waffe auf einmal nicht mehr schießt! Das ist viel und mieser! Ja! Nur jetzt war sie wirklich leer! Ja! Und wo bist du jetzt wieder? Unter dir! 7 Rüstungen, 8 HP! Wenn leichtes Ziel! Wenn man sich finden wird! Wo hast du dich versteckt? Außen, oder was? Kann man so sagen! Wenn meine eigene Granate mich jetzt umbringt! Okay, hat sie doch! Nein! Doch! So! Also hast du dich jetzt wieder versteckt? Genau da! Scheiße! Von der Granate erwischt! Bei eurem Spawn habe ich mich versteckt! Von der Granate erwischt! Bei eurem Spawn habe ich mich versteckt! Bei eurem Spawn habe ich mich versteckt! Nee! Das ist nicht gut! Stirb! 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 Ich vermisse meinen Warpie, Mann! Hättest du nicht einfach an meinen Granate haben können? Hätt ich ja! Jetzt schieß ich Salven! Das geht besser! Hey! Das war mein Kill! Jetzt habe ich nur einen Assist bekommen! Scheiße! Oh! Den kriegen wir jetzt aber! Boah! Das hast du davon! Verdammt! Hättest du nicht gelacht, hätte ich dich gar nicht mehr merkt! Ja! 31 zu 31 und wir haben verloren! Das ist doch scheiße, sowas, ey! Ja! Spacy Kill von... Wem ist denn das? Bloxy, glaube ich! Naja! Ja! Ja!